Hallo Leute, Chronoid hier. Heute bin ich ein bisschen erkältet, vielleicht hört man das an meiner Stimme. Ich hoffe, es wird trotzdem gut klappen. Wir spielen einfach mal weiter bei Wario. Ich hoffe, dass ich nachher fit bin für Ocarina of Time, denn da habe ich geplant, immer ungefähr eine Stunde aufzunehmen. Ihr könnt natürlich gerne mal reinschauen in mein Ocarina of Time Legend of Zelda Let's Play. Ziemlich lustig. Okay, dieses Mal haben wir eine besondere Aufgabe in diesem Level und zwar müssen wir ein Hütchen finden und das hier zurückbringen in das Nest, denn das ist irgendwie ausgebüxt. Oder die Piraten haben es geholt. Oh, die Dinger können nachher noch ganz schön nervig werden. Hey, genau. Aber erstmal helfen die uns, diesen Weg hier frei zu machen. Den müssen wir auch frei machen. Warte, der muss komplett frei sein. Kann ich den ausschalten, wenn ich so drausspringe? Nee, ich glaube nicht. Warte, die Münzen da oben, die kann ich mir auch noch holen. Obwohl, hier ist ja noch gar keine Brücke. Nee, hier kann ich das noch gar nicht machen. Ich glaube, da oben sind auch noch Münzen. Ja, ich bin so erkältet. Nee, hier kann man, glaube ich, noch nichts machen. Ja, verdammt. Nee, ich kann auch nicht auf ihn draufspringen. Ich gehe einfach mal in diese Tür rein. Aber so erkältet zu sein, ist immer ein bisschen doof. Gerade als Let's Player, wo man eigentlich mit seiner Stimme arbeitet, ist das nicht so vorteilhaft. Aber das kriegen wir schon hin. So, ich muss jetzt auf diese Typen hier springen, damit ich all diese Münzen kriege. Bäm. Oh Gott, das ist irgendwie total komisch. Jetzt habt ihr die Nase, Mann. Aber wie schalte ich den aus? Ja, okay. Aber ich sag's euch, das wird nachher noch richtig, äh, richtig krass. Das hier ist nicht der Vogel, das ist der Hahn. Also wir brauchen ein Hühnchen, kein Hahn. So, da müssen wir erstmal alle Dinger kaputt machen. Und die Technik hier, die macht es mir gerade schwer. Jetzt machen wir mal voll Karacho. Ja, ich hab sogar alle freigeschaltet. Hier ist nämlich noch was Besonderes. Sag, wenn wir erstmal alle Münzen ein. Oh mein Gott. Ich bin so erkältet, verdammt. Okay, und jetzt gehen wir erstmal nach unten durch. Ja, hier ist auch was Schönes. Und ihr seht schon da oben. Da oben ist, äh, noch ein Geheingang. Da wollen wir auch gleich rein. Allein, da kommt der Typ wieder angeschissen. Warte, aber es gibt einen Trick, man kann ihn von unten treffen. Moment mal. Was gibt's eigentlich da in dem Raum? Heh, das hört sich echt bestimmt lustig an, oder? Oh, den Raum kenne ich irgendwie gar nicht. Habe ich den beim letzten Mal übersehen? Ich glaube, den habe ich beim letzten Mal übersehen, wo ich das Spiel gespielt habe. Aber das war natürlich off-screen, also. Ist ja wurscht. Ja, genau, hier müssen wir runter. Bam! Ja, und wir kommen in den Geheimraum. Sehr schön. Okay, ist jetzt eigentlich nicht so ein großes Geheimnis. Aber es ist ein netter Gag. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Naja, der eine. Jetzt haben wir schon 200 Münzen gesammelt, das ist ziemlich gut. Das hilft uns wieder im Spiel weiter. Und jetzt wollen wir mal versuchen, hier reinzukommen. Das wird gar nicht so leicht. Denn man muss, ich glaube, ich muss schon an dieser Stelle abspringen. Und es wird schaffe. So. Das wird gar nicht mal so einfach. Ja! Auf Anhieb. Yay! Und jetzt müssen wir aufpassen. Hier gibt es ganz viele versteckte Räume. Und ich will sie alle finden. Und dann gehe ich hier nochmal rein. Bam! Okay. Ich glaube, hier gab es nichts mehr. Aber nach hinten kommen gleich welche. Hallo? Dreh dich mal um. Sehr schön. Bam! Da wollte er sich gerade an mich heranschleichen. Aber ich habe ihn auch gekriegt. Aber wo sind die Geheimgänge? Ich weiß, hier gibt es welche. Ich weiß, hier gibt es Geheimgänge. Bam! Ja, hier gibt es einen. Habt ihr es gesehen? Nicht schlecht, oder? Und ich glaube, hier irgendwo, da oben oder so, da gab es auch nochmal was. Wofür da ging ich diese Tür hin? Ja, das ist das Spiel. Okay, okay. Das kriegen wir hier auch mit einem Schnupfen. Auch mit einem Schnupfen kriegen wir das hin. Ich muss mich nur konzentrieren. Okay. Den Footballhelm. Ah, ich habe ihn gesehen. Da. Sehr gut. Nicht schlecht. Sogar mit einem Schnupfen. Der Fliegeschuh erinnert mich an Zelda. So. Hier war auch nochmal ein Geheimgang. Nein, da war er nicht. Hier war er. Yes! Sehr gut. Wenn man aufpasst, dann kriegt man jede Menge Kohle. Hier geht es nicht mehr weiter, oder? Da habe ich den Speed-Knopf gedrückt. Ich glaube, ihr könnt es mal sehen. Dann kann ich das so super schnell machen. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt im Let's Play. Und jetzt kommen wir hier raus. Wo sind wir denn hier? Ah, da ist das Hähnchen. Eine Hähnchendame. Oh, oh shit. Oh shit. Oh, sorry. Nein. Nicht wegfliegen. Ich wollte noch Hühnchen essen. Gestern hatte ich Hühnchen. So. Der Kollege, der muss weg. Yes. Okay, was gibt es denn hier noch überall für Sachen? Okay, da ist der. Tröterich. Bäm. Nachdem kann man gar nicht verdichten. Er ist eine von der knorkigen Sorte. Schnell, auf ihn drauf. Yes. Komm schon. Ja, ich habe ihn. Ja, komm her. Endlich. Es ist ein Fußball. Noch einmal. Komm. Yes. Okay. Wir haben alles freigeschaltet. Ich versuche jetzt nur noch. Ich komme da gar nicht rein. Okay, wir müssen das Hühnchen noch holen. Kann man hier noch irgendwas machen? Ach, man hätte da unten durch können. Okay. Ich probiere aus. Okay. Jetzt macht ihr Alarm. Aber wir müssen hier uns durchschlagen, ohne getroffen zu werden. Das muss man erstmal hinkriegen. Schaffen wir es? Ja, ich habe alle vernichtet, oder? Gut, dass ich hier alles weggemacht habe, was? Und da haben wir sie besiegt. Oder besser gesagt, sie hat einen eingelegt. Oh Mann. Der Schnupfen ist nicht gut zum Nachdenken. Aber diese Erkältung macht mich nicht fertig. Ich kann trotzdem wieder durchkommen. Durch das Level. Okay, gleich müssen wir wieder dieses Rätsel machen. Ich hoffe, ich erkenne es, ohne zu viele Coins zu verlieren. Okay, es könnte auch wieder eine Null sein. Nein, es ist die Neun. Nein, es ist die Neun. 19,95. Da kam Chrono Trigger raus. Stimmt. Einen so einen Ding habe ich ja verpasst. Sollte ich mal nachholen. Welcher war das? Sollen wir das vielleicht jetzt machen? Nö. Gehen wir erstmal in diese Richtung. Das ist dann auch noch die nächste Side Story. So. Escape from the Woods. Oh, das wird jetzt lustig werden. Oh. Der Boss hier, der war anstrengend. Da kommen nachher noch die Biene. Und das wird richtig, richtig krass. Das wird nochmal richtig krass werden. Oh nein, da sind auch diese Kollegen schon wieder. Die Betrugtenmacher. Die werden uns übel mitspielen. Ich versuche mal hier erstmal alles aufzuräumen. Dann müssen wir das später nicht noch abklappern. Bin einfach auf die draufgesprungen. Bam. Verdammt, ich hätte ihn gebraucht. Okay. Wir müssen zurück. Wenn wir hier vielleicht nochmal runterfallen sollten, dann haben wir vielleicht einen Gegner. Ja. Yes. Komm her. Nicht drauf fallen. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Yes. Alle drei sogar. Ist hier nochmal eine Wand? Nö. Und ein Geheimgang? Nö. Ja. Tatsächlich. Nicht schlecht. Haha. Hier sind lauter Geheimgänge. Okay. Hier nicht mehr. Aber sehr schön. Was haben wir da schon mal gefunden? Nö. Also mit dem Ellbogen geht es einfach schneller. Nochmal. Das muss ich nachher total dämlich anhören, wenn ich mir die Aufnahme angucke. Mit so einer Rotznase. Okay. Der ist schon mal weg. Was geht es hier oben jetzt? Okay. Da ist irgendwie... Da ist nochmal ein Gang. Hey. Da bin ich irgendwie hin. Okay. Oh. Da ist sogar nochmal was. Ich glaube hier bin ich oft runtergefallen. Nein. Ja. Wegen den Typen hier wahrscheinlich. Oh. Den hätte ich wahrscheinlich gebraucht. Nö. Oh. Ah. Genau. Das meine ich. Da bin ich oft runtergefallen früher. Aber ich komme viel besser durch das Spiel, als ich gedacht habe. So. Wie kommen wir denn eigentlich... Oh. Nein. Oh. Wie direkt ins Wasser gefallen. Okay. Da muss ich vielleicht nochmal aufpassen. Betrunkender Wario. Der ist super. Aber wie kommen wir da unten rein? Muss der nicht eigentlich sterben irgendwie? Ich glaube ich wollte ja da oben hoch. Scheiße. Jetzt hätte ich fast diesen Stein gevernichtet. Der mich da hoch lässt. Warte. Wo ist der Typ? Der ist nicht da. Okay. Kurz warten. Bam. Und jetzt... Noch einer. Okay. Auffassen. Ist da noch einer? Nicht der. Wow. Da ist tatsächlich eine Tür. Hey. Was ist das? Nicht schlecht. Ups. Erstmal den Typ vernichten. Und dann hier unten nachgucken. Okay. Und wie komme ich da jetzt hoch? Ah. Ich verstehe. Ich habe es geschafft. Ich glaube hier ist nichts mehr drin, oder? Warte. Bis er sich umdreht. Bam. Gibt es denn sonst nichts mehr? Okay. Okay. Ich werde das hier noch alles verdichten. Na. Wenn ich nur eine freie Nase hätte. Das wäre sehr vorteilhaft. Naja. Egal. Gehen wir weiter. Hier haben wir nur ein paar Mützen abgreifen können. Oh. Der musste ja kommen. Komm schon, Mario. Warte. Du, Kollege. Hahaha. Gleich wieder zwei oder Mützen. Sehr gut. Okay. Versuchen wir jetzt weiterzukommen. Aber die Gegner sind wieder alle... Respawns. Wow. Oh Mann, meine Nase läuft. Verdammt, die Schnupfen. Und ich will da unten runter. Äh... Okay. Okay. Wow. So knapp. Ich gehe mal einfach hier rein. Okay. Wow. Nicht schlecht. Wow. Wie können wir den benutzen? Das ist auch so auffällig ist, dass die Gegner dann auch da draufstehen, weißt du? Und hier? Ich glaube, das hier ist die Geheimgang-Mähtnis-Raum. Oh Mann. Ja, seht ihr, da gibt es überall Geheimgänge. Überall, wo dieses schwarze Ding ist. Hier gibt es überall Geheimgänge. Das ist furchtbar. Obwohl, ich mag es eigentlich. Alles kontrollieren. Hier war doch noch was. Okay. Wir kriegen das hin. Ja. There you go. Ich sag Schnupfen. Das ist furchtbar. Ich habe noch einen Kollegen. Ob der uns vielleicht weiterbringt? Nö. Warte, ich versuche ihn mal dagegen zu schmeißen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, dieser Schnupfen. Der ist furchtbar. Gitt. Okay, hier ist noch irgendwo ein Gang. Ich wusste es. Und hier kann man dann weiter. Bam. Und da ist die Tür. Oh Mann. Und jetzt? War es das schon? Wir müssen auch noch mehr sein. Okay, gehen wir mal durch die Tür. Ich frag mich, was da drin ist. Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Alles klärchen. Gleich. Aua. Da habe ich ein bisschen Schaden genommen. Aber es macht nichts. Nein, ich habe die gebraucht. Gehen wir zurück. Gut, die Geheimgänge sind noch alle aufgemacht. Oh Gott. Dieser Schnupfen. Der ist so furchtbar. Bam. Oh, meine Nase. So. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Jetzt können wir weiter machen. Kurz aufpassen. Oh. Die kriege ich nicht noch mal. Oh. Da müssen wir vielleicht voll aufmachen. Oh, ich glaube, wir müssen. Oh, ich habe gerade 100 Mützen erhalten. Richtig gut. Da hat er es mal den Typen ausweichen. Und dann schnell. Hoppala. Sorry. Vielleicht brauchen wir nicht gleich noch mal. Ja, wir brauchen dich noch mal. Ja, komm mal her. Nein, nicht sterben. Nein. Okay. Okay. Wir schaffen das. Okay. Ja. Sehr gut. Und jetzt noch einmal. Yes. Alles offen. Bam. Ganz viele Münzen sind mein. Verdammter Schnupfen. Stürb. Okay. Geh mal weiter. Das ist so cool. Okay, hier ist die Strömung. Nee, da kann ich nicht dagegen anschwimmen. Wow. Da ist der Feuerfuchs. Der rastet gleich wieder aus. Wow. Aber jetzt muss ich erst mal hier durch. Wow. Was gibt es denn sonst noch so? Ah, okay. Hier drin. Ja, dann komme her, Feuerfuchs. Ja. Ja. Verwandle mich. Mach mich zu Feuer. Hehehe. Das ist super. Gleich geht mit dem Flam auf. Woo. Huuu. Du hattest, ich werde gleich wieder normal. Pass mal auf. Weil jetzt können wir die ganze hier in Ruhe holen. Gibt es da keinen Geheimgang oder so? Ja, oh Mann. Ich bin froh, wenn ich fertig mit der Aufnahme bin. Ausnahmsweise mal. Hehehe. Boah, schon. Guck mal, wie viele Mützen wir haben. Ist ja unglaublich. 620. Und was passiert hier Schönes? Hoah. Nein. Ich habe eine Außersehen getötet. Ah, okay. Wir müssen nachher da runter. Da ist die Tür. Okay, nochmal. Hä? Funktionier. Was vor? Funktionierst du nicht? Vielleicht muss ich ihn Dollar schmeißen. Yes. Hä? Wir können auch so da runter. Hallo? Oh, jetzt bin ich aus der CD runtergegangen, Idiot. Wir müssen erst mal da hoch. Da ist noch irgendwas Spezielles. Okay, wir müssen wohl da abspringen. Yes. Wow, da ist noch eine Tür. Da will ich rein. Hehe. Wir rollen hier einfach so rum. Okay. Yes. Okay, was ist die Tür? Was ist da jetzt drin? Ist da noch ein Weg? Ah, genau. Hehe. 69. So. Ich spiele mir das Rätsel. Dann würde ich sagen, diese Folge halten wir mal ein bisschen kürzer wegen meinem blöden Schnupfen. Ich muss mich natürlich anhören. Ah, der Feuerfuchs. Der Cubie. Der Cubie. Äh, oh shit. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Damn. Wir müssen es nochmal spielen. Aber glücklicherweise haben wir verdammt viele Mützen geholt. Wirklich verdammt viele. Ja, spiel. Komm schon, ich muss das jetzt schaffen. Gib mir was Leichtes. Okay, den Typen von eben. Äh, shit. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Der hier? Nee. Der mit. Wir müssen es nochmal spielen. Dann habe ich jetzt 300 Münzen fangen. Verdonnert. Das ist alles die Schuld des Schnupfens. Ja, wir spielen es nochmal. Und wenn, dann werde ich auf easy machen. Ausnahmsweise. Hätte ich das jetzt nicht schaffen sollte. Okay, Glubschauge. Glubschauge. Ja, ich habe dich. Da. Ja, verdammte Schnupfen. Jetzt haben wir nur noch 300 Mützen. für einen verbogenen Dolch. Okay, let's go. Da klotzt er uns an. Let's go. Machen wir das mal schneller. Und das Spiel müssen wir natürlich auch noch spielen. Jetzt haben wir 2366 Münzen. Das geht immer mehr. Das ist sehr gut. Okay, let's go. Was könnte es sein? Eine 8? Ich glaube, es ist eine 8. Yes! Sehr früh erkannt. Ich habe jetzt einfach mal auf gut Glück gespielt. Hätte auch eine 9 sein können. Aber warte, ich muss doch dieses Teil holen. Okay, in der nächsten Folge holen wir uns dieses Teil. Alles klar. Wünschen wir gute Besserung. Ich war der Chronoid. Gesundheit. Wünschen wir heute. Vielen. Ich bin hier. Und wie ist das? Ich bin hier. Ich bin hier. Vielen Dank.